Becks, Spitzenpilsener von Welt. Hauchzarte Mechschokolade, köstlich cremiges Langnese-Eis und im Kern ein Traum aus feiner Luftschokolade. Sky ist das Schokoladenerlebnis von Langnese. Der luftige Traum von Sky wird dich verführen. Sky, jetzt neu Sky Kokos von Langnese. VENEZIA! VENEZIA! Eine Sehnsucht lässt sich nicht mehr los. Laura Piaggotti, Venecia Parfum. Das Geheimnis der Verführung. Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Was schenkt man dir? Ein Lächeln und so. Einfach gut, beim Echternet ist es einfach gut. Du gehst hin und hast es alle froh. Du bist frei, mehr und so. Echternet ist es einfach gut. Starfrucht, 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 extra große Fruchtstücke. Starfrucht, frische Joghurt, Rumpjoghurt von Zott. Starfrucht, so viel frische, extra große Fruchtstücke. Du wolltest ganz naturbelassen. Starfrucht von Zott. Starfrucht, weist die Frucht. Erlebt die Frucht. Starfrucht. Starfrucht von Zott. Der mit den extra großen Fruchtstücken. Wenn Sie zum Beispiel von A nach B fahren wollen. Oder von B nach C. Oder von C nach D. Oder wieder zurück nach A. Erfahren Sie doch, wohin Sie wollen. Mit der Bahncard. Ein Jahr Bahnfahren zum halben Normalpreis. Ab jetzt auch mit der Bahncard First. Für die erste und zweite Klasse. Unternehmen Zukunft. Die deutschen Bahnen. In mir steckt ganz was Neues drin. Das wird nicht verraten. Nein. Die Appetit-Bingos. Die Appetit-Bingos. Sind jetzt mit dabei. Ich bin dabei. Jetzt neu. In Kinderüberraschung. Ich wear den Pump Cross Trainer, because I like a secure fit. You know when it's right. You know when you feel it, baby. You hold it, you hear it, you taste it. It's right. Pepsi Light. Uh-huh. Uh-huh. You got the right one, baby. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Pepsi Light. It is still impressively lovable, unsurpassively coolable, and innuously soulable. You got the right one, baby. Uh-huh. That our Alpia mindestens so good schmeckt wie andere Schokoladen auch, spricht sich allmählich rum. Schließlich stecken wir jede Mark in die Schokolade und keine Mark in die Werbung. Aber ist Alpia auch so sportlich wie andere Schokoladen? Wir werden es hier und heute testen. Hopp. 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 Ja. Na? Wer kauft denn da noch eine extra Sportschokolade? Alpia. Köstlich, sarnig, kaufe ich. Unsere Sierra-Flasche ist zwar nicht so hübsch, aber dafür schmeckt der Sierra-Tequila, der drin ist, so genial, dass man ihn demnächst vielleicht sogar am Arsch der Welt trinkt. Uh-huh. Sierra-Tequila! Uh! 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 Für alle, denen FDH frisst die Hälfte nicht so recht schmeckt, haben wir hier gleich etwas Neues. F-D-D frisst das Doppelte mit Müller extra leicht. Der neue Müller-Joghurt heißt nämlich extra leicht, weil er mit nur 0,1% Z extra leicht isst. Und mit viel fruchtigem Joghurt ist extra leicht extra lecker. Trotzdem, wer will, darf auch nur die Hälfte essen. Aber wer will das schon? Der neue Joghurt extra Müller extra leicht. Felher Verlust die Hälfte GSHOT auf Ate 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 Wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist, hilft Wickblau. Extra stark. Extra frisch. Wickblau Halspommers. Natürlich auch ohne Zucker. Smild, die milde Pflege von Bübchen. Herr Emmerich, Sie demonstrieren uns heute die Reißfestigkeit der Erfurt-Raufaser? Genau. Nun zur Sache, Herr Emmerich. Die hält richtig was aus. Erfurt-Raufaser. Prima an der Wand, lang!